Moin! Also nächstes Training für Zuhause, für alle Virusgeplanten. Ich ziehe mal mit Absicht Socken an. Ihr wisst, sonst mache ich das nicht. Ist aber heute notwendig für die erste Übung. Wir waren oberkörperlastig in letzter Zeit und heute kümmern wir uns um die Oberschenkel. Das heißt, wir machen wieder Ausfallschritte nach hinten, wo wir sonst die Gleitern hängen. Das heißt, nicht plump nach hinten tapsen, sondern wirklich, ihr gleitet langsam gleichmäßig nach hinten und wieder nach vorne. Und lasst mal die ganze Zeit die Last auf den vorderen Beinen. Das ist wichtig dabei. Und hier kommt noch auf so 10 bis 30 Wiederholungen insgesamt für beide Beine. Und das wechselt ab und machen was vom Vizep mit Eimer Curls. Hier macht ihr euch so viel Wasser rein, wie ihr mögt. Normalerweise 10 Liter Eimer. Bedeutet für die Schlauen 10 Kilo. Und dann Curl oder so. Das haben wir auch so zwischen 10 und 20 Wiederholungen, wenn das zu leicht ist für die richtig großen Jungs. Die machen quasi Slow Motion Wiederholungen. Über 5 Sekunden ganz, 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 ganz langsam nach oben. Dann gehen sie in die Parallele, halten das 5 Sekunden. Ist jetzt nur beispielhaft. Und gehen dann 5 Sekunden nach unten. Und versuchen davon mal 10, 15 Wiederholungen zu machen. Das wird ordentlich brennen. Dann dauert noch eine Minute Pause. Und insgesamt 5 bis 10 Sekunden durchgehen. Viel Spaß. Sportfrei.